So Leute, da sind wir wieder mit Let's Play Mega Man 7. 7, 7, 7. Haben gerade eben erst ein Safe State Teil hingelegt. Okay, das ruckelt jetzt gerade ein bisschen. Ah, fuck. Oh Gott, wieder raus. Nein! Nein, 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 nein. Deck mich. Oh, wieso ruckelt das so? Ich habe gerade Nagi mit im Gepäck und ich hoffe mal auf dem Video ruckelt das nicht außer extrem. Sonst kann ich mich nicht richtig durchbringen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Fick Viecher. Okay. Ja. Okay. Bibi. Ist das easy. Äääääääääää. Buh. Lass mich in Ruhe. Stirb. Wieso ruckeln das so? Oh, komm das liegt jetzt nicht an Saft. An dem Skype-Übertragungs. Die Nagi ruckelt das auch so übel bei dir. Weil so kann man nicht spielen. Nee, nee, nee. Nee. Okay, es ist weg. Jetzt mit Anlauf. Oh Gott, noch so ein Ding. Mach mir Ruhe. Wie, der pustet mich auch weg. Nein, 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 nein. Kacke. Scheiß Ruckelachs. Boah, nein, leck mich. Ich bin wieder hier, oder was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie, bin ich denn weg? Boah, ey, Ruckel, Ruckel. Warum Ruckel dazu? Das kann doch nie wahr sein. Nein, oh, was mach ich denn? Bin ich irgendwie total behindert? Ficken. Ficken. Oh, jetzt komm, ey. Wenn das nur nicht so ruckeln würde, wie macht man das, was dagegen? Das kann ich nicht haben. Ich kann so nicht springen. Schießen. Okay, jetzt aber. Hopp. Geht doch. Hopp. Töten. Hopp. Okay, jetzt hier irgendwo. Ist wieder so ein hässliches Pupselfiech da. So, springen. Ja, leck mich. Stirb. Geiler Spiel, ey. Wenn das so schön anfängt, freut mich das natürlich. Okay, hier, sliden wir. Ach, nee, bitte nicht. Nein, nö, 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 nö. Die Stelle mag ich rein gar nicht. Okay, hier rüber. Okay, da ist es. Ups. Gut, gut. Nein, nicht schon wieder so ein... Ei, du bist doch so ein... Boah, ey, ich hasse diese Eier. Osterne ist schon vorbei, du Spaß. Boah, spring doch, Mega Man. Mega Man. Alter, wie viel von diesen Scheißeien hat er eigentlich? Okay, jetzt nicht hier. Hier hoch kann ich springen. Darüber. Ups. Und darüber. Dann darüber. Und darüber. Okay, jetzt. Immerhin. Oh, jetzt bin ich mal bei dir. Flupfel, Mann. Flupfel, Mann. Spring in die Luft. Ey, ich hasse dich. Flupfel. Flupfelkopf. Ich treffe mich, oder? Das ist jetzt nicht ernst, dass ich dich nicht treffe. Haha. Ausgedrückt. Okay, jetzt hier rüber. Die Energie ist jetzt mir gerade mal relativ latte. Hauptsache, ich kann mal weiter. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Okay. Und jetzt. Bam. Bam. Ausweichen. Schraube. Nachgang. Nagi, hast du einen Plan, wofür die Schrauben gut sind? Oh, Mann. Boah, ruckel. 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 Oh. Posten wir dann einfach in Skype. Weil ich habe absolut keinen Plan, wofür man die Dinger brauchen kann. Okay, ich bin wieder hier oben. Nein. nein schau dir meine lebenspunkte an ich bin gleich wieder tot mag ich nicht so geronimo nö nö das ist jetzt nicht euer ernst neben neben jops jetzt wieder das scheißvieh von vorhin an dem ich verreckt bin ich sehe jetzt irgendwie spezial war für helde gegen das scheißvieh aber wegen dem blöden lachs und so habe ja keine ahnung wann ich springen kann und wann ich auf dem video sieht das wahrscheinlich total affig auf nein 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 okay den hodensack in kaltes wasser hängen nee hat jetzt nicht ernsthaft nur mehr von diesen hässlichen scheißviehchen mitgebracht er kommt noch ein zwei hits und ich bin dauernd springt endlich das ende jesus christ gehen im bosskampf kann ich wahrscheinlich voll knicken ich spüre es euch ich mache hier eine safestate rein bei denen schaffe ich sonst nicht wenn das so arg ruffelt ähm au au das war jetzt nicht so nett egal ein leben kann ich verschmerzen sonst bin ich wieder voll und kann kämpfen auf geht's mega man so unsere aufladeattacken kann ich vergessen weil sonst haut es mich komplett aus dem spiel wo ist ey was hat der von vier attacken ey ja übertreib halt jetzt leck mich kann mich nicht bewegen nee 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 es ist jetzt nicht so eine reise jetzt ey ey jetzt fick dich boah ey mal im ernst ja das ist jetzt mal nicht so nett ey den bosskampf kann ich sowas von vergessen leck mich leck mich fick dich oh nein im ernst ist das kann ich voll vergessen oh enagi macht sich was aus wenn wir mal die skype übertragung beenden weil das kotzt mich gerade auf der falle ich pausier mal eben so leute da bin ich wieder rio hayato mit megaman jetzt habe ich diesmal ein bisschen zusammengeschnitten damit ich nicht wieder ein million leben verletzt kann ich auch kämpfen weil jetzt habe ich nahe nicht mehr in der backe also nicht in der backe sondern jetzt kann ich kämpfen ohr molas fck dich hey wie viel leben habe ich denn noch schon man sieht unten die dueleiste nicht hier eingebläst nein ich will gucken wie viel leben ich habe fck dich Boah, wie geht denn das? So. 3D mal genau. Gut. Dann eben noch ein Versuch. Dann brauche ich eine Schokolade zu beruhigen, weil ich sie dann vielleicht ausschliffe. Boah, ey, ich hasse dich. Was ist denn das für ein Schuderwolken, Mann? Weil, ne, im Ernst. Jetzt fick dich. Wieso bewegte der sich denn nicht? Och, Mann. Ey, den kann man doch überhaupt nicht besiegen. Das ist bestimmt wieder von diesen blöden Imbra-Entbossen. Oh, ja, springen sie denn. Bewege dich halt. Mann, was machst denn du mega? Oh, ey, jetzt leck mich doch mal. Was ist das? Oh, ey, ne, ich hab echt Gleichkenntnis. Was machst du? Oh, nee. Nee. Warum macht denn der nix? Kann der nicht aufladen und rutschen gleichzeitig, oder was? Ist ja zu behindert dazu. Oh, genau in die Fresse. Ich raste gleich so aus. Ich raste gleich so aus. Fick dich einfach, mein hässliches Stück Scheiße. Ich hab keine Ahnung, was du genau bist. Ich will's auch gar nicht wissen. Ich finde dich nur abgrundtief hässlich. Hier. Cool in deine Scheißfresse. Ich mach nicht sowas von alle jetzt. Und hopp. Oh. Genau in die Fresse, ey. Hopp. Ich schwör's, ich schaff den. Ich schaff den. Und das Letzte, was ich für heute tue. Ich hatte das, was ich für solche Kämpfe Safestate benutze, was in Schattig-Szenen einzutreffen. Komm, er hat nur noch zwei Hitze hinter weg. Und. Boah, endlich. Wichser, Hurensohn, Bastard, Scheißdrecks, Kack, Japaner, Brickkack, Spiel. Wuhu. Yay. Der Thunderbolt fires out elektrically charged spares, right? Wo bin der das wissen? Yes. And it can also be used to power some electronic machines. Okay. Wuiuiuiuiuiiu. You get Thunderbolt!